Was mochtest du denn am Breitsein? Naja, verschiedene Sachen. Ich mochte zu dem Zeitpunkt auch, gerade bei harten Sachen, was Ecstasy angeht und so weiter. Weil Ecstasy ist halt so diese Glücksgefühlsgeschichte, die dann einfach auch abgerufen wird. Das ganze Serotonin, was da hochgeholt wird, das war schon eine heftig geile Welt. Und man hat das ja auch hauptsächlich nicht alleine konsumiert, sondern man war immer mit Freunden. Da war auch einfach ein Liebe und Verbindungsgefühl da. Ich glaube, ja, das war so ein Zusammengehörigkeitsding, was man vielleicht dann auch auf anderer Seite nicht hatte. Und dazu fühlte sich das alles so Liebe hoch tausend an. Und ganz am Anfang, also gerade wenn du Kiffen ja auch schon relativ früh begonnen hast, was hat dir das gegeben in dem Moment? War das einfach so eine innere Ruhe? Nee, als 14-Jähriger war das einfach nur Neugierde, mit dabei sein, cool sein. Und dann hat sich das so entwickelt, dass halt der eine besorgt was, der andere besorgt was. Das war auch so ein Gruppending, auch wieder so ein Freundschaftsding. Familienersatz sozusagen. Das ist ja immer so. Leute gehen ja auch in eine Gang, um einfach so einen Family-Ersatz zu haben. Das war dann meine Gang. Wir haben zwar fast nur Drogen konsumiert, statt andere Leute anzugreifen. Aber das war unsere Gang, mein Familienersatz. Und bei den meisten meine Freunde wahrscheinlich auch. Weil die meisten kommen ja nicht aus einem intakten Familienhaus. Ja, und das hat dann einfach verbunden in dem Moment. Das hat verbunden, voll. Man hatte eine Aufgabe, man hatte Freude, man hatte seine Freunde um sich. Man hat tausendmal hintereinander denselben Cheech & Chong-Film geguckt. Man hat also alles, was man als Jugendlicher macht, so haben wir dann noch und nöcher durchgezogen. Du fängst ja dann auch an, mit Gras zu dealen und finanzierst damit deine erste Wohnung. Oder wie war das genau? Nee, nee, nicht ganz so. Ich habe im Endeffekt vertickt, um meinen Eigenbedarf decken zu können. Das war der Grund. Weil ich hatte einen hohen Eigenbedarf gehabt, den konnte ich mir nicht so wirklich leisten. Somit habe ich, da habe ich aber auch schon Musik gemacht. Und dann wurde ich zum Ticker in meiner Gegend. Und das hatte für dich einfach den Vorteil, dass du günstiger an deinen eigenen Stoff gekommen bist? Genau, ja, beziehungsweise ich habe umsonst, ich habe meinen Eigenbedarf damit decken können mit den Einnahmen. Und irgendwann habe ich dann auch Einnahmen noch generieren können zu dem, dass ich meinen Eigenbedarf auch noch umsonst hatte. Okay, verstehe. Und der schlaue Ticker macht das eigentlich so, dass er gar nicht konsumiert, sondern nur die Einnahmen generiert. Aber das war ja gar nicht mein Anspruch. Mein Anspruch war ja gar nicht irgendwie, ich will ein großer Dealer sein, sondern eigentlich war mein Anspruch einfach, meinen Eigenbedarf umsonst zu haben. Hattest du ja manchmal Angst? Gibt es so Momente, wo man sich dann fragt, boah, was ist, wenn ich erwischt werde? Nee, nicht wirklich. Fühlte sich für mich, und ich glaube für viele andere, die auch mal vertickt haben und auch längere Zeit getickt haben, fühlt sich das wie ein ganz normaler Job an. Okay. Die Kriminalisierung ist ja von außen so. Man selber fühlt sich ja gar nicht, gerade bei Cannabis-Produkten, da fühle ich mich doch nicht als Drogendealer. Auch wenn es eine Droge ist, aber man fühlt sich nicht als Krimineller in dem Moment. Also das ist, jetzt sind wir kurz davor, dass das legalisiert wird. Und es gibt aber, selbst ich, ich weiß nicht, wie viele zigtausende von Mark und Euro Strafen ich gezahlt habe, plus die Urhaftgeschichte, plus was ich alles durchmachen musste, nur wegen Cannabis. Und jetzt wird der Scheiß legalisiert, wo ich mich dann auch frage, ja, was ist denn mit meinen Strafen, kriege ich das zurück, kriege ich das entschädigt dann, wenn das irgendwann legal ist? Also für mich war schon in den 80ern oder 90ern war für mich schon klar, dass Cannabis auf jeden Fall nichts Kriminelles an sich hat und auch nicht kriminalisiert werden sollte, weder zum Verticken noch zum Konsumieren. Ich bin sowieso für Legalisierung von allen Drogen, das würde so viele Probleme lösen auf dieser Welt. Meine Meinung ist so, jeder kommt sowieso an Drogen ran, egal wie alt du bist. Wenn ein junger Lachs mit 10 Jahren Drogen nehmen will, dann kommt er an Drogen ran und im Zweifel kommt er an schlechten und dreckigen und gepanschten Drogen ran. Dann ist es doch besser, wenn man das kontrolliert abgibt, weil es wird sowieso nur eine Minderheit sein, die Drogen weiterhin nehmen wird. Es wird jetzt nicht auf einmal eine Massenseuche entstehen, wo alle sagen so, ja, jetzt nehme ich auch Drogen und die ganze Gesellschaft nimmt auf einmal Drogen. Also ich glaube, das ist ein Riesengeschäft, den sich der Staat da entgehen lässt und auf der anderen Seite zur Prävention viel zu viele Kosten auf der Uhr hat. Deswegen so, statt damit Geld zu machen, heißt weniger Kartelle, weniger Toten weltweit. Ich rede eigentlich von weltweit. Also wenn Alkohol seit so und so lange erlaubt ist, so sollte man auch alles andere, weil Alkohol kann genauso viele Schäden hervorrufen wie jede andere Droge auch. Wenn du dir deine eigene Geschichte so anguckst und auch so dieses Breitsein, was so schön in deinem Anfangszitat beschrieben wurde, dass die Übertreibung, die Ekstase, wenn du dir das nochmal so durch den Kopf gehen lässt, was hat dich daran gehindert in den Momenten, wo du vielleicht selber gemerkt hast, dass es zu viel ist, aufzuhören? Naja, im Endeffekt habe ich aufgehört, als ich gemerkt habe, dass es zu viel war. Und was musste bis dahin passieren, dass du gemerkt hast, dass es zu viel ist? Naja, dass ich halt realisiert habe, dass ich ein Frack war. Dass ich komplett mit 20, 25 dann irgendwie so wie so ein Rentner gar nicht mehr fähig war, irgendwas zu leisten. Natürlich irgendwann tierische Nebenwirkungen auf meine Psyche gehabt, körperlich. Da kam ja eins nach dem anderen. Dann kamen auch Panikattacken, Angstzustände, schizophrenartige Zustände, wo meine eigene Stimme sich mit mir unterhalten hat und so weiter und so fort. Da war einfach der Punkt, wo ich mit den harten Sachen einfach dann auch aufgehört habe. Immer wenn ich dann konsumiert habe, habe ich gemerkt, wie man angefangen hatte, gab es nichts Schöneres, als das Runterkommen. Da habe ich gesagt, wie geil ist denn das Runterkommen, wie geil ist der Sonnenaufgang, dies, das, jenes. Irgendwann war es aber so, dass man konsumiert hat und dann war man irgendwie ein paar Stunden drauf und man hat so viel reingeschmissen, damit man überhaupt noch was spürt. Und dann war das Runterkommen im Endeffekt irgendwann einfach auch anstrengend. Man wollte gar nicht runterkommen, weil dann merkte man so, oh der Körper, der arbeitet gegen die ganzen Giftstoffe an. Da hat das auch teilweise so über eine Woche oder zwei Wochen gedauert, bis ich wieder auf einem normalen Level war. Und dann habe ich gesagt, irgendwann war ich an dem Punkt und auch in einem bestimmten Alter, wo ich gesagt habe, so, Digga, das steht überhaupt nicht zur Relation. Der Flash von acht bis zehn Stunden zu zwei Wochen Generation, hallo, geht gar nicht klar. So, das war für mich der Punkt, die harten Sachen aufzuhören. Dann habe ich aber noch gesagt, so, okay, aber mein Majuana, das bleibt bei mir, das, zack, so, das behalte ich mein Leben lang. Aber da wurde dann mit 32 auch ein Strich durch die Rechnung gemacht, so. Was ist da passiert? Ja, da habe ich dann auch Beklemmungen, Angstzustände. Von einer Sekunde auf die andere ging es mir einfach nur noch schlecht. Ich habe gekorzt, mir ging es nicht gut. Konnte das nicht einordnen, habe noch zwei Wochen, bin ich noch rumgelaufen, noch gekifft, war beim Arzt, habe Blutbild gemacht, Schilddrüse, das, jenes, alles war im Prinzip so halbwegs in Ordnung. Und er konnte sich auch nicht erklären, was da los war, so. Aber das war halt einfach eine, ich sage jetzt mal übertrieben, eine Art Psychose auf Weed. Da musste ich unfreiwillig aufhören mit dem Weed. Ich wollte nicht, aber ich musste. Und deswegen, weil ich nicht wollte, aber musste, hat sich das auch so sechs bis neun Monate in die Länge gezogen, bis ich wirklich clean war. Weil es gibt ja dann auch wirklich Phasen, wenn man als junger Mensch anfängt zu kiffen. Und meine Musikidentität und alles, was ich mir aufgebaut habe, immer mit einem Joint im Mund mir aufgebaut habe. Jeder taggt alles so. Das hat mir, wie gesagt, ja geholfen, sich zu fokussieren. Meine Identität war ja verbunden mit Cannabis. Und in dem Moment beim Entzug hatte ich richtige Hardcore-Probleme. So, weil ich nicht gewusst hätte, was ist denn, wer bin ich denn? Wer bin ich denn überhaupt ohne Marihuana? Was kann ich überhaupt sein ohne? Was ist meine Identität? Konntest du ohne Marihuana texten? Die ersten Jahre nicht, nee. Ich habe dann ja auch aufgehört mit der Karriere. Deswegen habe ich auch meine Rap-Karriere einfach auch an den Nagel gehangen unter anderem. Weil ich einfach mir gedacht habe, ich kiffe nicht mehr. Ich glaube, ich habe in meinen LPs vorher alles gesagt, was es zu sagen gibt in Bezug auf Rap. Ich höre jetzt auf und mache nur noch Elektro, weil ich dann nicht texten muss, sondern nur auflegen, Spaß haben, dies, das. Also auch noch, nicht nur eine körperliche Abhängigkeit, sondern auch so eine psychische Abhängigkeit. Ja, die war ja noch viel stärker im Endeffekt, weil die Psyche lenkt ja auch deinen Körper. Die körperliche Abhängigkeit, die ist ja eigentlich schnell gegessen so. Aber dadurch, dass die Psyche noch so auf Alarm war, hat die natürlich auch meinen Körper gesteuert. Schlaflose Nächte, musste Schlaftabletten nehmen, musste mehrmals in der Nacht meinen Bettlaken wechseln. Weil ich komplett vollgeschwitzt war. Ein halbes Jahr lang konnte ich nicht chillen auf der Couch und einfach in Ruhe Fernsehen gucken. Also ich war nur auf Alarm so und auf Verarbeitungsmodus. Das ist schon heftig so. Damit habe ich nicht gerechnet.